Pansch, aber er geht daneben. Er geht zu Boden. Oh, starker Diving-Brenz im Kopf. Der Hand gegen Hand. Da ist der Kampf vorüber. Klarer als in diesem Kampf kann ein technischer K.O. kaum ausfallen. Er hat seinen Gegner absolut dominiert und ihm schwer zugesetzt. Da musste der Ringrichter abdessen. Da ist der Kick wunderbar gemacht. Holt sich den Niederschlag. Jetzt hören wir Bruce Buffer.